Babe-Babe ist ein kleines gemütliches Ostseebad im Südosten der Insel Rügen am nördlichen Rand der Halbinsel Mönchgut. Sie ist Sitz des Amtes Mönchgut Granitz, dem weitere sieben Gemeinden angehören. Hintergrund Bereits 1252 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts bestand Baben nur aus einem Bauernhof mit mehreren Büdner und Häuslerstellen. 1895-1996 entstand ein einfaches Bad mit Badesteg. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beherbergt Babe-Badegäste. Die heute den Ort prägende Allee zum Ostseestrand entstand 1920 bis 1927. Die erste kleine Seebrücke wurde 1923 gebaut, fiel aber schon bald dem Seegang zum Opfer. Eine neue, etwa 200 Meter lange Seebrücke wurde 1932 bis 1934 errichtet. Sie wurde aber 1942 durch Eisgang zerstört. Heute gibt es nur noch in Selin und den Görenseebrücken. Der Strand in Babe ist breit und feinsandig und selbst in der Hochsaison noch nicht überlaufen. Aktive Urlauber finden hier ihr Betätigungsfeld beim Surfen, Kiten oder Segeln. Babe glänzt mit der einzigartigen Lage inmitten der geschützten Natur auf der Halbinsel Mönchgut zwischen Ostsee und Boden. Im Ort ist die Bäderarchitektur nicht ganz so ausgeprägt wie in anderen Seebädern. Einige der historischen Häuser aus den Anfangstagen als Seebad wurden in den letzten Jahren liebevoll restauriert. Auch findet man noch viele im alten Stil mit rätgedeckte Häuser. Wirkliche Bausünden hingegen findet man glücklicherweise in Babe kaum. Seit 17 Jahren weht ununterbrochen am Babe-Hauptstrand die blaue Flagge als Symbol für hervorragendes Umweltmanagement. Sie ist der weithin sichtbare Beweise für Urlaubsqualität am Strand in Babe. Mit dem Flugzeug die Anreisen nach Babe mit Linienflugzeugen gestaltet sich aufgrund der Entfernung zu Verkehrsflughäfen recht problematisch. Der 160 Kilometer entfernte Verkehrsflughäfen bietet nur wenige Linienflugverbindungen. Der ist 320 Kilometer, der ist über 340 Kilometer entfernt. Mit der Bahn die Deutsche Bahn bietet mit unterschiedlichen Produkten eine Anreise bis Putbus an. Von dort geht es dann weiter mit der Rügen-Essiechi-Bäderbahn, genannt der rasende Roland bis zur Enbabe. Auf der Straße fährt man bei Stralsund über die Rügenbrücke auf der Bisbergen auf Rügen, erreicht man Babe auf der Nacht etwa 22 Kilometern. Der wesentlich schönere Weg führt von der Rügenbrücke auf der Deutschen Alleenstraße auf teils recht engen Straßen über die Dörfer Gusto, Posaritz, Garz und Kasnewitz durch die Stadt Putbus. Nach weiteren 10 Kilometer gelangt man dann auf die, um nach 8 Kilometern in Babe anzukommen. Wer die staugefährdete Rügenbrücke meiden will, kann die an der Ausfahrt verlassen, weiter 9 Kilometer auf der Bis zur Ausfahrt und dann auf der Installbrode mit der Rügenfähre nach Glewitz übersetzen. Über Garz geht es dann wie oben beschrieben weiter nach Babe. Weitere Details siehe auch im Artikel Rügen. Mit dem Bus Babe ist auch mit dem Fernbus gut erreichbar. Mit dem Schiff am, ca. 2 Kilometern südlich, gibt es 25 Liegeplätze für Sportboote und zwei Liegeplätze für die Fahrgastschifffahrt. Hier starten auch die Auslugsschiffe. Mobilität Aufgrund der Größe des Ortes Babe ist man zu Fuß am besten unterwegs. Der rasende Roland bietet regelmäßige Verbindungen Richtung Süden bis Gören, im Westen über Selin und Binz bis Putbus. Die Busse der VVR, Verkehrsgesellschaft Verpommern-Rügen MbH, ermöglichen durch ein dichtes Streckennetz einen komfortablen Busverkehr über die gesamte Insel. Zwischen Selin, Babe, Gören bis Dissau und Kleinzicker kann man sie mit gültiger Kurkarte kostenfrei nutzen. Die Unzlüt-Bahn, die kleine grün-weiße Ortsbahn, fährt von April bis Ende Oktober für Kurkarteninhaber kostenlos durch Babe. Als Barber-Kurkarteninhaber kann man auch mit der Seliner Bahn fahren und zwar direkt vom Umsteigepunkt Lidl-Parkplatz bis zur Seliner Seebrücke. An mehreren Fahrradverleihstationen, TLW, auch bei den Hotels, können alle Arten von Fahrrädern gemietet werden. Sehenswürdigkeiten Das Barber-Bollwerk ist ein beliebter Aussichtspunkt und Startpunkt der Ausflugsschiffe. Das am nördlichen Stadtrand markiert die Trennlinie zwischen dem Hauptteil Rügens und dem südlichsten Zipfel der Insel, der Halbinsel Mönchgut. Das am nördlichen Stadtrand markiert die Trennlinie zwischen dem Hauptteil Rügens und dem südlichsten Zipfel der Insel, der Halbinsel Mönchgut. Aktivitäten Wer angeln möchte, sollte einen Touristenfischereischein erwerben im Amt Mönchgut, Granitz oder in den Sommermonaten im Haus des Gastes. Angelmöglichkeiten gibt es nicht nur an der Ostküste in der Ostsee, sondern auch westlich der Halbinsel Mönchgut im Seliner See, im Herwing, in der Hagenschenwik und im Zicker See. Wandern Eine rund zehn Kilometer lange Wandertour führt rund um den Seliner See. Dabei kann man eine artenreiche Flora und Fauna entdecken und vor allem die Ruhe der Natur genießen. Radfahren Baba und die Halbinsel Mönchgut sind ein Paradies für Radfahrer. Rundtouren bieten sich an über Moritzdorf, Altenseen oder Seedorf. Fahrräder und Infos gibt es bei Fahrradmix. Surfen und Segeln Was wäre ein Urlaub am Meer ohne Wassersport? Der Strand in Baba bietet sich an zum Surfen und Segeln. Kurse und Vermietung gibt es am Strand bei. Radfahren Baba und die Halbinsel Mönchgut sind ein Paradies für Radfahrer. Rundtouren bieten sich an über Moritzdorf, Altenseen oder Seedorf. Fahrräder und Infos gibt es bei Fahrradmix. Surfen und Segeln Was wäre ein Urlaub am Meer ohne Wassersport? Der Strand in Baba bietet sich an zum Surfen und Segeln. Kurse und Vermietung gibt es am Strand bei. Veranstaltungen Kein Ferienort ohne Veranstaltungen So gibt es auch in Baba jede Menge. Eine detaillierte, stets aktuelle Übersicht bietet der Veranstaltungskalender. Regelmäßige, wiederkehrende Veranstaltungen sind Das Osterfeuer am Fischerstrand Anfang Juni das Kinderfest im Kurpark In der ersten Juniwoche das Barberreusenfest an der Kurbühne im Kurpark Am ersten Wochenende im August das Barberdorffest am Bollwerk Ecke Dorfstraße Ende August das Barberbollwerkfest am Barberbollwerk und Hafen Im September der Barberheide Lauf, eine Laufveranstaltung für Kinder und Erwachsene mit Laufstrecken von 2 bis 15 Kilometer Einkaufen Lidl, Aldi und Netto bieten am nördlichen Ortseingang alles, was man als Selbstversorger benötigt. Im Markantmarkt, nah und frisch, in der Strandstraße 8a, Telefonnummer, befindet sich auch die einzige Postfiliale des Ortes. Unterkunft Barber bietet in 39 Beherbergungsbetrieben, mit über 10 Gästebetten, inklusive Campingplätze, etwa 3000 Schlafgelegenheiten. Die Vielzahl Ferienwohnungen ist dabei allerdings nicht berücksichtigt. Die Webseite der Touristinformation bietet eine komfortable Übersicht über Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels. Mönch guter Zimmervermittlung Inhaber Andreas Wendt, Görener Chaussee 22, 18586 Ostseebad Barbe, Rufnummer, hier finden Sie eine große Auswahl an Ferienwohnungen und Ferienhäusern im Ostseebad Barbe. Hotels Apotheke Eine Apotheke gibt es in Barbe nicht. Bei Bedarf stehen die Apotheken in Salim bzw. Gören zur Verfügung. Krankenhaus Das nächste Krankenhaus ist das Sana Krankenhaus Rügen in Bergen auf Rügen, etwa 22 Kilometer. Praktische Hinweise Barbe verfügt über einen langen und flach zugänglichen Sandstrand. Dadurch haben auch mobilitätsangeschränkte Menschen eine einfache Zugangsmöglichkeit zum Sandstrand. Ein spezielles Strandmobil, Katwärzle, steht während der Hauptsaison am Hauptstrand zur Verfügung. Die Reservierung ist möglich über die Strandkorbvermietung. Barbe erhebt ganzjährig eine Kurabgabe. Die Höhe ist saisonabhängig und beträgt zwischen 1,80 Euro bzw. 2,30 Euro, 23.12.06.01 und 01. 5. bis 31. Oktober, Kinder, 8 bis 17j, zahlen die Hälfte. Für Hunde ist eine Kurabgabe in Höhe von 50 Cent pro Tag zu entrichten. Stand, April 2019 Hunde sind im gesamten Ort an der Leine zu führen. Auch an den Strand dürfen Hunden nur angeleint und nur am ausgewiesenen Hundestrand. In der Hauptsaison wird eine rechtzeitige Reservierung eines Strandkorbes dringend empfohlen, Telefon, oder Ausflüge Selin mit seiner Seebrücke ist über die Strandpromenade und den Hochuferwanderweg nach etwa 3 Kilometern gut zu Fuß zu erreichen. Binz ist ein stark frequentierter Urlaubsort und mit dem Auto nach etwa 14 Kilometern und auch zu Fuß nach etwa 10 Kilometern über Selin und den Hochuferwanderweg erreichbar. Zum Jagdschloss Granitz bietet sich der rasende Roland bis zum Haltepunkt Jagdschloss an, Fahrzeit 28 mindestens. Die Zufahrt zum Schloss mit dem PKW ist nur eingeschränkt möglich. In Sassnitz, etwa 32 Kilometer, laden am Hafen mehrere Fischrestaurants und Gastronomie Schiffe ein. Der Nationalpark Jasmund mit seinem Kreideklippen, Königstuhl, ist etwa 37 Kilometer entfernt. Vom gebührenpflichtigen Großparkplatz Hagen verkehrt ein Shuttle zum Königstuhl. Alternativ bietet sich eine schöne Wanderung durch den herrlichen Buchenwald zum Königstuhl an. Zum Kap Akona sind es mit dem Auto etwa 57 Kilometer. Die Insel Hiddensee erreicht man nach etwa 45 Kilometern mit dem Auto bis Schaprode und anschließend der 30-minütiger Fährfahrt. Die Halbinsel Mönchgut wird geprägt von einer malerischen, leicht gewählten Landschaft, mit dem 66 Meter hohen Zickerberg, aus Wiesen, Weiden und sanften Hügeln. Sie widerspiegelt eindrucksvoll den ursprünglichen Charakter Rügens. Hierzu gibt es auch einen Videobeitrag des NDR. Die Weiße Stadt Portbus, angelegt im klassischistischen Stil mit zahlreichen Palaisartigen Bauwerken, Residenztheater und Schlosspark, kann man ideal mit dem rasenden Roland besuchen, Fahrzeit 63 mindestens, mit dem Auto benötigt man für die 17 Kilometer etwa 20 Minuten. Vom Flugplatz Rügen kann man Rundflüge über die Insel unternehmen.